Motivationsautopiloten 4.0, das Seminar für Menschen mit Führungsverantwortung, denn heute geht es um Kunden. Dieser Autopilot ist wichtig für Kunden, GG, GU, UG, UU. Je nachdem in welchen Außenbereichen oder in welcher Grauzone die Kunden ihre Wünsche haben, werden sie es schaffen, ihnen genau das zu liefern. Manche Firmen meinen es zu gut und erfinden das Rad immer wieder neu, haben jedoch sehr viele Kunden, die in einer Außenposition, GG, UU sind. Die genaue Definition, was was heißt und wie Sie Ihre Umsätze verdoppeln, verdreifach können, indem Sie einfach nur wissen, wie Ihre Kunden ticken und was die wollen, allein mit diesem Autopiloten ist es das Seminar wert, www.normen-graeter.com, melden Sie sich an, Sie erhalten all die Informationen und noch viel mehr, wie es funktioniert und ich mache Ihnen morgen noch ein Bonusvideo.